... der heute aus der Schweiz angeheizt ist und was keiner wusste, wie Musiker wissen das, er spielt wundervoll Viva von und Willi Schweden war ein Teil meines Lebens über 31 Jahre, das Drio bestand 41 Jahre, ein hervorragender Gitarrist ohne Verstärke, ohne E-Werke, da stimmt eben es bei beiden, stimmt beides die Jazzmusik. Willi Schweden und Hasi Osterwald, bitte. Ja. Ja. Go, go. 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 Go, go.